Was wir aber jetzt noch machen könnten, ist dem Johnny einen Trick beizubringen. Ein Trick, den ich persönlich ganz gerne mag, den ich auch gerne bei Hunden sehe. Hier. Wie lernt dein Hund, sich still auf die Seite zu legen und tot zu stellen? Das finde ich doch ernst gut. Finde ich ganz lustig bei Hunden, wenn die das können. Ganz einfach, bringe deinem Hund zuerst dazu, Platz zu machen. Wenn er sich auf die rechte Seite legen soll, lass das Fingersymbol links erscheinen. Führe dann den Finger nach rechts und schon legt dein Hund sich auf die Seite und spät tot. Probiere deinen Trick doch gleich mal aus. Kann dir denn schon Platz machen oder was? Ich glaube nicht. Das müssen wir ihm erst noch beibringen. Platz der Leckerlis. Setzen halt in ein Leckerli vor seine Pfoten und herbewegst. Setzen sich hin, macht Platz. Ich glaube das kann der schon oder? Das haben wir dem doch schon beigebracht oder? Versuchen wir es mal. Ob er es schon kann. Johnny, Johnny, Johnny. Hier zu mir. Ich habe ein Leckerli für dich. Leckerli. Hin und her, hinten und her, wenn er es mit sitzt. Hm. Setzen und dann links, rechts mit dem Plätzchen eine aussteuern. Hier, watsch, watsch, links, rechts. Wo ist Johnny, 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 Johnny. Wir müssen mal ein bisschen was lernen hier. Da ist doch schon bei mir. Plätzchen. Wo ist Plätzchen? Hier, sitz Johnny, sitz. Sitz. Muss ich jetzt mal weglegen. Und jetzt. Links, rechts, sitz Johnny. Sitz, nicht anbönen. Sitz. Sitz. Sitz Johnny, sitz. Sitz Johnny, sitz. Sitz, mach sitz. 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 Sitz, sitz, sitz. Johnny, so klappt das nicht. Sitz. Links, rechts, links, rechts. Sitz. Sitz. Ist doch ein ganz unruhiger hier. Es klappt doch bei dir niemals. Was ist los? Wie es klingelt es bei dir oder was? Ja, komm. Bist ein kleiner Tollpatsch hier. Mit dir kann man auch nichts anfangen. Ach man, was soll ich mit dir tun? Ja, ab ins Körbchen mit dir. War aufregend der Tag. Wir haben viel gemacht. Wir haben ein bisschen trainiert. Und das riecht jetzt erstmal für heute. Das heißt, in dein Körbchen gehen kannst du dich ein bisschen ausruhen. Na komm. So. Mit ganz wuseliger kleiner Welpe bist du noch. Die kann man auch nicht wirklich was machen. Da muss man dich erstmal noch ein bisschen erziehen. Hol dich erstmal aus. So. Ja. Mit den Tricks ist das auch noch nicht so viel. Was soll ist. Da haben wir das erstmal. Sehen wir mal demnächst weiter, ob wir irgendwann uns eine Katze leisten können. Da will er schon wieder raus. Naja. Was soll ist. Dann lassen wir ihn ein bisschen rumtoben. Und dann. Ja. Und dann wird er auch irgendwann fähig dazu sein. in einem Wettbewerb zu bestehen und den Wettbewerb zu meistern. Irgendwann werden wir es schaffen, gemeinsam einen Wettbewerb zu bestehen und ein ordentliches Preisgeld zu erhalten. Und vielleicht können wir uns dann eines Tages eine Katze leisten. Und dann ist Johnny nicht mehr ganz so alleine in seinem Haus. Ja. So viel dazu. So. Musik